Musik So liebe Zuschauer von MBL TV, das Motormagazin ist wieder unterwegs für Sie an einem heißen Sommertag des Jahres 2016. Und an einem heißen Sommertag ist es gut, wenn man ein cooles Auto vorstellen kann. Und das können wir heute, nämlich das Auto vom Schilbert. Schilbert, du hast ein super tolles Fahrzeug, brandneu, erst seit ein paar Wochen. Erzähl selbst, welches Fahrzeug es ist. Ja, es ist die neue E-Klasse von Mercedes. In diesem Fall mit einer Ausführung der 2,2 Liter Maschine mit 194 PS. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt total gefreut, weil ich doch drei Wochen habe darauf warten dürfen müssen. Ja, und jetzt habe ich ihn und es taugt mir. Ja, gutes Gefühl mit einem neuen Fahrzeug, wir werden es dann gleich sehen in der Probefahrt sozusagen. Aber kannst du nach wenigen Wochen jetzt schon sagen, bist du zufrieden damit? Ja gut, ich meine, wenn man mit dem Auto nicht zufrieden ist, dann kenne ich mich auch nicht mehr aus. Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Zu den Besonderheiten des Fahrzeugs, meine Damen und Herren, kommen wir ein bisschen später noch. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns die neue E-Klasse mal aus der Nähe betrachten. So, als erstes natürlich gleich der Blick unter die Motorhaube. Was hat er denn drin? Ja, wie gesagt, er hat eine 2,2 Liter Maschine, Diesel mit 194 PS. Einen recht guten Drehmoment, das ich jetzt auswendig nicht weiß. Aber ein sehr sparsamer Motor. Der Motor hat auch schon die Technologie, was die LKWs jetzt mittlerweile drinnen haben. Und zwar eine Harnstoffeinspritzung, was den CO2-Wert drastisch reduziert. Und der Verbrauch bei dem Fahrzeug ist circa bei 5 Liter. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So schaut es aus. Dass die Innenausstattung bei einem Fahrzeug dieser Klasse exzellent ist, braucht man nicht extra erwähnen. Die Besonderheiten jedoch sehr wohl. Was bei dem Lenkrad ganz neug ist und was es bei keinem Fahrzeug bis jetzt gegeben hat, sind die sensitiven Knöpfe da oben. Habe ich mir am Anfang auch nicht vorstellen können. Aber es ist total angenehm zum Schalten, weil du einfach weniger Knöpfe am Lenkrad hast und viel mehr damit machen kannst. Auf einem kleineren Platz, finde ich. Und nachdem man von den Smartphones eh schon gewohnt ist, ist das eigentlich überhaupt keine Umstellung. Nicht im Gegenteil, ich empfinde es als sehr angenehm. Als extra herinnen die Ambientebeleuchtung. Ganz eine tolle Sache, wenn man am Abend fährt, weil es einfach eine ganz eigene Atmosphäre im Auto schafft. Und ich kann die Farben wechseln von Blau auf Rot auf Grün auf Violett, was ich halt gerade gerne haben möchte. Das Auto hat Assistenzsysteme drinnen, die automatisch die Verkehrszeichen erkennen, beziehungsweise wie schnell man da fahren darf. Und wenn der aktiv ist, wie man sieht, lenkt sogar das Auto selber den Weg entlang. Ja, wir sind auf der Autobahn, erlaubt die 130 kmh, das Auto stellt sich automatisch auf die 130 kmh ein. Lenkt von komplett allein, wenn sich jetzt die Autos längs sind, meine Füße sind frei, ich tue nichts. Das Auto bremst sich automatisch ein, wird längs immer. Ja, und ich kann so, ohne dass ich ins aktuelle Fahrgeschehen eingreife, relativ für mich sehr sicher, auch dem Verkehr folgen. Je nachdem, welche Geschwindigkeit ich fahre, richtet sich nachher auch der Abstand zum Vordermann. Und sollte mir jemand reinfahren und reindrängen, erkennt das Auto das auch und verzögert. Aber das ist auch neu bei dieser Technologie, nicht mehr so wie früher abrupt, sondern macht das eigentlich sehr angenehm, zeitverzögert. Als angenehm und zeitsparend wird sich für so manchen Fahrer bzw. Fahrerinnen die automatische Einparkhilfe erweisen. Auf Knopfdruck wird die Parklückensuche aktiviert und wie durch Zauberhand eingeparkt. Ja, Schilbeer, es war sensationell mit dir, die Parklückensuche. Probefahrt jetzt zu machen, wir haben alles dabei gehabt. Autobahn, Landstraße, Kurvenreich, Bergauf, Bergab. Man muss sagen, Fahrvergnügen 1a. Und das teilautonome Fahren, das ist natürlich die ganz Besonderheit, das Spezielle auch bei diesem Auto. Oder eine der Besonderheiten, muss man sagen. Vielleicht kannst du das noch einmal erklären, wie das genau funktioniert? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man gibt den Tempomat hinein und das Auto fährt von ganz allein eine Liste Verkehrszeichen. Je nachdem, welche Geschwindigkeit erlaubt ist, stellt sich der Tempomat automatisch darauf ein. Und auch das Lenkrad steuert der Straße entlang. Man muss allerdings, weil es ein teilautonomes Fahren ist, noch ca. alle 45 Sekunden ans Lenkrad fassen. So dass das Fahrzeug merkt, dass man nicht eingeschlafen ist oder irgendwas. Vorher ist das eine gesetzliche Sache in Österreich noch. Warum das der Fall ist, rein theoretisch könnte das Auto eine längere Zeit alleine fahren. Aber ja, für mich ist das ein relativ entspanntes Fahren. Gerade, wenn viel Verkehr ist, weil ich mich nicht so konzentrieren muss. Und ja. Und apropos einschlafen, meine Damen und Herren. Eingeschlafen sind wir nicht bei der Probefahrt. Ganz im Gegenteil, es war aufregend, es hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, ich wäre noch einmal herzlichen Dank. Gute Fahrt. Tschüss, ciao, servus und baba. Danke, auch euch. Servus. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.